34 im magazin. Ja gib mal. Hier kann man tauschen. Träge ich die smg die shitty dann? Du kannst das combat rifle daneben mit schockschaden. Die smg haben? Ich weiß ja noch nicht ob die besser ist. Ich muss erst noch testen. Wenn die schlechter ist kann ich die dann haben. Wir haben jetzt vier plätze. Ja von mir aus. Erst mal an das auto teilen. Wie viele snipens hast du eigentlich? Hä? Wie viele snipens hast du eigentlich? punkte aus sniper. Ne wie viele snipens? Waffen, Pistolen, Waffen du hast. Ich habe einen revolver und einen sniper. Dann noch eine combat rifle halt. Dann gleich noch eine smg. wahrscheinlich. Ja. Vielleicht. Wartet. Tagebuch oder Schnitzeljagd? Tagebuch hab ich grad voll kaputt drauf. Ach da raus. Guckt euch mal diesen Ventilator da oben an. Ventilator. da oben. Windra hat es auch genannt. Genau auch Windra. So da oben ja. Die überhaupt nicht schräg drinsteht. Ventilator lohnt sich da oben auch. Ventilator für die Atmosphäre ey. Ventilator. Ventilator. War der schlecht. War der schlecht alter. Scheiße. Nimm jetzt aber mal eine coolere Farbe. Das Auto fahren hat sich gelohnt da. Ach ne einen weiter. Nein! Warum bin ich da ausgestiegen? Du doch auch. Lach nicht so behindert. Ja. Aber du hast es noch gesagt und dann... Aber nein, hier sind Spinnen, ne? Nein. Hier sind normale Gegner. Ach so, okay. Normale Spinnengegner. Ja. Wie ich getroffen habe. Wie ich gar nicht. Alter, die geht voll ab. Boah, die ist voll geil, Jan. Echt? Wie schnell die halt schießt. Ja, deswegen meine ich jetzt den Feuerrat. Und wie schnell die nachlädt. Guck mal, Jan. Gesehen? Sie sieht auch voll cool aus. Hätte ich die mal behalten. Ja, warte. Du kannst die alte gleich haben. Hier. Mann, hätte ich die mal behalten. Die machen. Ähm. Ist ja wie Weihnachten. Die Double Anarchie, Alter. Boah, wie viel Shotgun. Boah, sieht die scheiße aus, ey. Was hatte der nochmal hier? Gar nichts. Okay. Oh, Speicherdeck. Die großen, fast ganz... Naja, die mittleren. Aua. Aua, was ist das? Ah. 60k, Mann. Ey, das lohnt sich nicht. 60k. Für 60k, 180 Schuss mehr, das lohnt sich kein bisschen, Mann. Bzw. 140, das kaufe ich mir nicht. Dann warte ich lieber, bis... Ich hatte das bei mir. Dann warte ich lieber, bis die Orangenen sind. 160, 20 Schuss mehr, geil. Da warte ich lieber, bis... Aber magst du mal kurz dein Geschütz aufstellen? Ja, warte. Da warte ich lieber, bis wir die Orangenen haben, ey. Das ist jetzt ja... Happig doch, Happig. Da gibt's ja eigentlich keine guten Schilder, Mann. Ich hole mal die restlichen Teile, ne? Ja, ja. Und der Rick hat das... Achso, ich muss... Was hab ich oben links eigentlich für ein Zeichen? So eine Faust? Ja. Gut. Das Zeichen, was du auch angezeigt kriegst. Ja, und der... Dings ist das da ein Anionskill. Hä? Ach, das ist da oben drauf, ja. Hast du's? Ne, hab ich nicht. Oh, da warte mal. War das nicht hier durch? Nein. Doch. Weewee ist doch... War das hier? Ne, 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 ne. Weewee ist andersrum. King Weewee war doch bei... Newhaven. Ja, andersrum. Bei Newhaven, ja. Oder nicht. Also Oldhaven. Ist doch gerade egal. Ne, bei Newhaven ist... Oldhaven, ja, Marco, da kommen wir erst voll spät hin. Da freu ich mich schon voll drauf. Weewee ist bei Newhaven, äh, wo die ganzen... Die ganzen Kleinen... Marco, ich freu mich da schon so dolle drauf, ne? Wobei, ne, wir können ja auch hier rumfahren. Boah, Gelb ist so hässlich, ne? Bei den Wagen geht's sogar noch. Warte mal. Nein, Gelb ist einfach hässlich. Nein, das geht nicht, hier ist Geschütz. Guck mal, der Hangman ist da oben. Wartet. Hm. Scheiße, zieh durch, hier sind so viele Gegner. Ah, Mann, bis zu dem Punkt war es ProSkillabbar. Hier wird's gefährlich. Ab hier wird's gefährlich. Ja. Wisst ihr noch, wo wir AFK waren und auf einmal alle drei tot waren, wegen diesem einen riesen Rack da? Ja. Weißt du, wir waren alle AFK, auf einmal waren wir tot, als er wieder kam. Ja, es war best. Wobei, Tennis noch mal? Da hinten hoch, so. Wisst ihr noch das Geschütz hier? Hä? Oh ja. Ach ja. Ja, das war auch gut. Das war richtig gut, das hat überhaupt nie weh getan. Aua. Lass mal nachher hier an die Kiste denken, ne? Ja. Alter. Zielgenauigkeit like a Boss. Ja, wie schnell die nachlädt. Ja, meine auch. Bei MP ist richtig krass. Ja, A-Cook ist halt richtig geil auf. An Shotgun. Ja. Ja. Da muss sie so Spider-Rand legen. Echt drauf? Hast mir gar nicht aufgefallen. Ja. Weiter geht's. Hier SMGs verbrauchen ja auch gar nicht viel Muni. SMGs verbrauchen so fucking viel Muni, ne? Ach ja. Freundchen. Wir sind ja gerade verbrauchen sie nicht. Meine verbrauchen so scheiße viel, ne? Moll! Oh, Wack! Wo ist der? Oh, diese Rax hier, ne? Das Gebiet hier ist so schlimm. Er ist die Munitionskiste, er ist die Munitionskiste. Munitionskiste. Ey, Waffenkiste. Ey, Robin, wieso? Da kommen wir doch Elan. Ja, echt? Mal zum Rückweg. Nehmen wir doch erstmal diese Waffenkiste. Boah, ich wollte aber erst die Waffenkiste holen. Den hättest du nochmal komplett zurückgekommen. Hier ist ne Sniper und hier ist nochmal ein Sniper mit 200. Hey, da oben ist noch eine! Sniper mit 200 irgendwas Schaden. 168. Oh ja, das ist hier! Hier ist der Knosskiste. Oh! 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 Und man eh drinnen muss! Echt Marco, echt! schilder und sirenen class mod meiner wird hier sehr viel bringt immer das schilder habe ich habe jetzt ein level 25er schild gekriegt ich habe ein schild mit 271 und mein altes hatte 241 ich kann dem ein altes noch nicht geben weil ich noch brauche sollte mein altes geben mein altes hat 315 das kann ich wie gesagt 202 sollen wir erst eben abgehen und dann zu gehen ja lass erst aufgeben die nehme ich gerne mit ich kann haben habe ich jetzt gerade endlich drin hey was macht luki eigentlich so einer war gestern schon nicht da oder doch gestern war da und wir brauchen einen anderen zünder ja so gut ja luki bei dem ist wieder was ist bei dem ist stress ja mutter ja wo will jetzt hier nicht alles erzählen naja brauchst sie auch nicht ich weiß ja so zika 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 ums geht du halt ihr wollt doch jetzt die danach ja gut war ich ja richtig hoffe ich ja man kann diesen fels nicht links wir können wir quest machen ich will aber keine quest machen das ist ja nur dass wir da quest machen können ja ich weiß aber sponkst du vor mir ich ich ja 15.000 alter ja marco marco ist gut auto geht kaputt davon ja und ohne jans auto und außerdem ist es gelb ach das ist jans ich dachte das ist meins so der geschützturm regeneriert jetzt vier prozent so jetzt habe ich gut gefragt war von hier noch was ich glaube ich hab mal dein auto geparkt nirgendwann mit der smg abgeben 59 30 mal 4 habe ich eine 59 guck dir diese smg an ich hab 77 nur guck dir diese an die bleibt mal stehen bleibt mal stehen gerade aber ganz cool aus wie deine sich halt anhört ja guck mal wie schnell die nachlesen weiß nicht ob ich jetzt deine nehmen soll weil die schießt schneller deine und hier ein geileres magazin aber ich glaube diese 0,3 feuerrate die macht jetzt auch nicht aus dass bald beide was denn die lädt voll langsam nach wo habe ich denn das ist das maschinengewehr herr hat gekriegt 69 schaden alter schade dass es hier nicht sowas wie ein safe gibt man das finde ich voll scheiße wo habe ich denn jetzt die double anarchie herr jan das ist der die ich dir gegeben habe die sollst du mal testen wegen nachladen so jetzt gleich jeder geben ja so wie die alte super damit habe ich nicht gerechnet ja wenn du da irgendwo rum schlägst wirst du auch nicht weiter kommen ich habe mich umgeschlagen ich bin gesprungen ich werde noch mal ganz ganz kurz aufnahmepause machen steigst der wagen ein und fahr los mal könnte auch da nicht rein das ist weg jetzt ich habe sie voll irgendwie scheiß trick geschafft ihn auszutrick wo fahr ich denn hin ich habe den wagen so voll schrotten lassen kurz bevor er exudiert ist steigt marco aus nicht